Ich freue mich sehr, dass wir heute uns gemeinsam Zeit nehmen, das Thema Software-Defined Vehicle zu diskutieren, zu reflektieren, auch so ein bisschen mal die letzten Jahre Revue passieren zu lassen. Als Ingenieure, Softwareentwickler sind wir immer sehr stark geprägt, gleich in die technischen Lösungen einzusteigen und dort die richtigen Produkte zu überlegen, Prozesse, Methoden, Tools. Aber um das Thema SDV erfolgreich auf den Markt zu bringen, brauchen wir noch viel mehr. Gerade die etablierten OEMs müssen sich da jetzt intensivst wieder auseinandersetzen, wie sie eben zukünftig hier die Themen auf die Straße bringen, reflektieren, welcher Anteil der Wertschöpfungskette macht es Sinn, zukünftig eben in-house zu haben, welcher macht eben auch Sinn, entsprechend mit externen Unterstützung über Partnerschaften, über Standards entsprechend dann sich zu erschließen und nutzbar zu machen. Und hier gilt es eben auch als Zulieferer, egal in welchem Schritt der Kette, als Tier 2, Tier 1, sich entsprechend neue Geschäftsfelder, Businessmodelle zu überlegen und eben sich seinen Platz in der zukünftigen Ausrichtung dann zu finden. Das, wenn man so das Ziel vor Augen hat, warum machen wir denn das ganze Thema SDV überhaupt? Und da, klar, die Space-Themen, Shared, Personalisierung, Automatisierung, Vernetzung und Elektrifizierung sind da immer noch die Kerntreiber. Also auch vorentwickeln, dass man mit einem guten Fundament in die nächste Plattform-Generation starten kann. Vorbereitung von Dingen ist aus meiner Sicht einer der Success-Faktoren, um eben das ganze Thema Software-Defined Vehicle auf den Weg zu bringen. Wir wissen, welche Technologien wir brauchen, fangen das Ding zu entwickeln an. Ich muss Businessmodelle anschauen, ich muss meine Organisation entsprechend darauf vorbereiten. Ich muss meine Mannschaft weiterbilden, schulen. Wenn wir konkret drauf schauen auf dem Weg Richtung einem Software-Defined Vehicle, ist für mich ein Thema die absolute Basis. Und das ist letztendlich der Shift im Mindset, dass wir eben das, was wir so in den vergangenen 20, 30 Jahren in der Automobilindustrie gut gelernt haben, dass wir Projekte machen. Wenn wir eben jetzt auch Richtung der anderen Industrien gucken, die eben das Thema Software-Plattform schon etabliert haben, muss letztendlich der Shift passieren, dass nicht das Endprodukt im Fokus steht, sondern wie wir es halt bei Google, Apple und sonstigen Tech-Playern sehen, der Plattform-Ansatz, sprich, dass ich hier entsprechend über Releases eine kontinuierliche Plattform-Weiterentwicklung mache und daraus abgeleitet dann zu dedizierten Meilensteinen, sind für mich zwei wesentliche Elemente ausschlaggebend. Ich darf nicht nur mir eine Software-Base-Layer-Strategie überlegen, sondern das geht für mich Hand in Hand mit meiner Hardware darunterliegend, mit den SOCs, sodass ich dann eben aufbauend darauf entsprechend meine Base-Layer-Integration machen kann, um dann im nächsten Schritt quasi aus der Base-Layer-Integration auf der ausgewählten Hardware dann entsprechend die Ausleitung, entsprechend jetzt, wenn wir Richtung Zielbild schauen, für meine HPCs, für meine Steuergeräte, für meine Zonenrechner dann durchführen zu können. Im letzten Schritt, der Voll-Integrations-Schritt, dann von meinem Backend-System mit dem Fahrzeugsystem, um hier dann eben das Gesamtsystem dann entsprechend zu etablieren. Am Ende ist für mich ausschlaggebend, dass wir in den Kompetenzen und auch in der Zusammenarbeit das Thema Hardware-Software-Codesign massiv stärken, das Know-how aufbauen müssen. Als dritten Aspekt haben wir das ganze Thema Software-Factory. Was wichtig ist, ist eben das ganze Thema Workflow, dann das Zusammenspiel zwischen Softwareentwicklung und Architekturentwicklung beziehungsweise Architekturdokumentation. Dann klar das ganze Thema Virtualisierung eben in der Cloud entwickeln zu können, ohne dass man Hardware benötigt oder eben das ganze Thema Data-Driven-Development, was gerade im Bereich autonomes Fahren eine zentrale Rolle spielt. Wie muss ich denn meine Organisation aufstellen? Also die Organisational Readiness, Operational und Organisational Structure must be interact mit klaren Verantwortlichkeiten. Das nochmal hier als wichtiges Take-away. Blicken wir jetzt nach außen. Es wird mehr Software-Expertise aufgebaut. Man möchte gerade für die großen Rechnerplattformen mehr Verantwortlichkeit übernehmen. Sprich, man rutscht schon ein Stück weit in den Turf, was so in der Vergangenheit die klassischen Tierwands abgebildet haben. Zum Abschluss auch nochmal das Thema Standardisierung. Wo geht es dahin? Für mich nochmal ganz wichtig, dass man sich immer wieder vergegenwärtigt, was wollen wir denn oder was müssen wir gemeinsam erarbeiten, eben im Sinne der nicht differenzierenden Anteile unserer Systeme, um hier eben effizienter, schneller unterwegs zu sein. Wir müssen kritisch drauf schauen, das, was jetzt an Initiativen gestartet wurde, welche wollen wir weiter verfolgen, in welchem Setup und mit welchem Fokus. Nur wir als Community können das Thema auf den Weg bringen, keiner von uns alleine. Und in dem Sinne freue ich mich auf den Tag heute mit euch, auf die Diskussionen und danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020